also ich habe für dich schon die hose dabei alles was das herz begehrt ich hab voll scheiß staff ich hab guten staff ich bin fuldi ja geil das wollte ich jetzt nicht haben habe ich erst runtergeboxt dabei einfach schauen dass niemand auf diese insel kommt und einen weg zurück bauen unsere base wäre schon mal eine sache kommt ok was ist noch mal in diesen dispenser dings da drinnen das da und webs und diess und für dich das dann noch und das dann noch die hast du noch das da bitteschön hast du eine brustplatte? ich hab dir doch diess getoppt oder so ich dachte das wären 5 oder so ne ne ich hab dir auch diess getoppt hier ist noch ein gap für dich danke mama bitteschön soll ich die rüber für dich gewinnen oder? ja ich guck zu wollen wir reinschwitzen gegen die? komm gib erst rein gehts warte 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 ok alles gleich ist man direkt rein gehst du weiter die beiden aus dein wasser facken gerade richtig ab helft dir oh sind jetzt beide tot? ne einer ist tot der andere ist noch ein wasser unten ich habe ja richtig viel gemacht in der runde willst du runterspringen den wasser töten? ich bekomme gar kein rückstoß jetzt von unten komm ich will sterben jetzt töte ihn nice oh bitte oh gut wuhuu wei sind die besten let'splayer wuhuu oh god ey ja meine meinung oh man lass mich na liebe kinder wart ihr heute alle auch schön brav oh god das ging auch richtig gruselig ich kanns auch gern gruselig sagen nur für dich aua meine ohren alter alles klar und mir hat nirgends ne ich merke schon bin voll gut gelauert ich bin voll gut gelauert ich bin da mit äh oh calm voll gut gelauert du weil du wirst jetzt gerade unwetter und so Na? Na? Zeit, ne? Können wir jetzt auch in die Mitte. Dann kommst du in die Mitte, Alter. Ich hab für dich auch eins Diabrüstchen. Ja, das geht noch bei mir, ne? Ich bin schon viel. Oh, ich lass... Oh, lol! Hi! Hörtest du den mal bitte? Aua! Oh, ich glaub, der hat keinen Bock mehr auf dich. Hä? Ist ja doof. Stink ich oder so? Stink ich oder so? Ja, Sarah. Ich hab's doch gerade erst getroffen. Hier schon mal für dich ein paar Dinger... Machst du mal eine Werkbank, bitte? Ein paar Dinger? Ja, ein paar... Ähm... Dinger halt. Brauchst du jetzt noch eine Angel oder nicht? Bitteschön! Danke! Bitte! So, jetzt gehen wir den Gegner töten, nachdem wir die ganze Zeit noch nichts gemacht haben. Ich könnte ein Haus bauen. Nice! Lass mal machen. Echt? Nee. Für die Hof willst du dich noch bauen? Keine Ahnung, mir war gerade echt langweilig. Ich so langweilig, danke. Das Wasser da, kannst du runterkommen. Dankeschön! Bitte! Oh, da ist noch einer. Oh, da kommt richtig wenig der Rückstoß, der Typ. Der dachte, das ist so ein Knockback? Nein, danke. Morgen gerne wieder. Auf Wiedersehen. Wo ist das? Das sind die Dierhose für mich. Nur, aber hier habe ich sieben Diers für dich. Danke! Oh, ich hab zwei Tage. Ich dachte gerade, ich hätte sie dir nicht gegeben. Ich dachte, ich fäll jetzt. Und geh einfach runter. Rein da! Oh, der hat ja richtig gute Sachen hier. Der Boy. Da ist die Dierhose für dich. Der hat ja mal einen Nickname HD und hat einen Alex-Skin. Da ist aber... Na, da ist wirklich so. Na bitte, für dich besser. Oder auch nicht. Brauche ich nicht. Gut. Passt du? Wow. Ne. War knapp, du. Ja, wo sind die anderen denn? Ach da. Die haben da hinten was gebaut. Ach du, der hat so einen Rückstoß-Dings, weil er Jump Boost hat. Hast du eigentlich noch vor, vielleicht mal so eine 50er-Karte zu versuchen? Ich hab da letztens noch so dran gedacht, aber ich hab eigentlich jetzt voll... Also wir könnten... Nein, das passt schon. Also wir könnten es doch mal versuchen. Was meinst du? Wir könnten auch deine Leute abstimmen so. Machst du eine Infokarte? Ja, okay. Stimmt, stimmt, stimmt. Und dann... Kannst du selber gerne ansprechen. Also Leute, da Brian ja so eine Skywars-Legende ist, hatten wir halt überlegt, weil er auch schon öfter so 100er-Karte und sowas alles gemacht hat und 150er hast du letztens auch gemacht, oder? Ähm, ja, 143 war es dann. Also, ja. Ja, aber versucht. Auf jeden Fall hatten wir auch überlegt, ob ich mal eine 50er versuche, weil... Ja, keine Ahnung, ich hab das ja noch nie gemacht und so. Ja, wir fangen langsam an und steigern uns in Ruhe. Ja. Deswegen, also Leute, wenn ihr das auch mal sehen wollt, dann stimmt einfach mal ab. Und, ja, wenn ihr Bock habt, würde mich das auf jeden Fall freuen und mein Schwert ist kaputt. Und wir haben gewonnen. Lalal. Und das war auch schon in der letzten Runde. Hey, tschüss. Tschüss. Ich hab auch mal Enderperle. Passt perfekt. Nice. Aber ich hab nicht so guten Start. Okay. Ich bin in der Mitte, komm schnell. Ja. Ich muss mich kurz anziehen. Oh, ich hab... Komm zu mir. Bist du in der Mitte oder in der Base? Oh, du bist da. Ich bin... Ich bin da nicht. Bitte von hinten. Nice. Tschüssi, alle von hinten. Nice. Das war ein richtig guter Fight hier. Das war einfach... Ja, ich hab wirklich ganz viel Stuff. Komm her. Was brauchst du alles denn? Du brauchst erstmal neue Schuhe. Mhm. Kann man auch machen. Und hier ist noch 7 Dias auf alle Fälle. Dankeschön. Bitte schön. Schau mal, hier hab ich noch was für dich, wenn du willst. Hier ist ein paar Schneebänder und ein Goldapfel. Danke. Danke. Und hier drin ist überall ein Secret, das weißt du auch, oder? Ah, ja. Da ist noch mal Dias, du kannst eine Diabrissplatte machen, da bitte schön. Danke. Dann geh ich in die Mitte und schlag den Typ mal ein bisschen low und dann kannst du ihn töten. Ja, ich komm. Ja. Jo 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 ich gehe andere seite wenn er jetzt nicht rüber laufen sollte okay er ist im web du kannst ihn jetzt töten nein er hat sich befreit oh nein kriegt nicht viel damit hier kommt er macht water fight oh gott ekelig habe ihn getötet ist auch noch der letzte ah gut danke nice in dem fall heute war es mit dem video schaut auf jeden fall bei brian vorbei weil da haben auch einige videos aufgenommen und wenn euch das video gefallen hat lasst eine positive bewertung da bis nächstes mal haut rein und tschüss